Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest, mit ja unsere gemeinsamen Missionssuche, Impulse, die dich anregen sollen und ja, heute heiße ich euch willkommen zu einem, ja mal ganz allgemeinen Orakel, eine ganz allgemeine Erlegung für die momentane Energie, ab und zu schaffe ich das, das mal zu machen. Und freue mich auf, ja, die Legung, spür einfach rein, wo gehst du mit bei den Impulsen, es ist ja nun eine Kollektivlegung. Ja, wir schauen dann hinein mit dem Light Seas Tarot, hier noch die englische Variante, das sind die Karten wesentlich dicker, aber ein bisschen brillanter als bei der deutschen Ausgabe, die es mittlerweile gibt. Und ja, es wird ja auch doch recht oft eingesetzt. Ich mag es auch, ja, und bin gespannt, was uns die momentane Energie, welche Botschaften wir hier bekommen. Dabei haben wir einen sogenannten Goldfluss, und man sieht das Glitzern jetzt vielleicht nicht so. Das ist kein Stein, der so vorkommt, der wird von, ich meine, italienischen Mönchen irgendwie hergestellt. Gibt es in diese Farbvarietät und auch so als ein ganz, ja, so ganz dunkles, ähm, dunkel, lila, blau, mit eben auch diesem, diesen Glitzereffekt. Wie gesagt, der wird ebenso hergestellt. Wo tun wir dich hin? Ja, schauen wir mal. Nun, bitte die Botschaften Energien für jetzt. 10 der Kelche. Judgment, das Gericht. Ass, der der Schwerter. Der Mond. Die zwei der Schwerter. Acht der Stäbe. Große Arcana, der Narr. Der König. der Stäbe. Und die fünf der Schwerter. Ja, es wird Zeit aus Unentschlossenheiten jetzt hier herauszugehen, und zwar schon bald. Mit dem Ass, der Schwerter, hier die Energie, diese alle Zweifel, alle Unsicherheiten hier zukünftig aufzulösen, ja. Das steht für die eigene Energie hier, auch in der Mitte, im Zentrum hier, ja. Zu sehr hin und her gerissen, wie der schwarze und der weiße Wolf. Es geht darum, sich auf das Bauchgefühl hier zu hören, statt hier immer im Kopf zu sein, vielleicht immer wieder abzuwägen, pro, contra, weil es geht ja hier auch um 10 der Kelche, um das Thema der Wunscherfüllung. Welchen Wunsch hat man? Und es ist an der Zeit, dass es eine Entscheidung gibt. Es gibt auch die Chance auf die Entscheidung, wie gesagt, in auch kurzer Zeit. Und dann gilt es eben, ganz neu an dein Thema heranzugehen, an diese Wunscherfüllung, was immer das jetzt hier für den Einzelnen bedeutet. Und wichtig ist, sich da auch nicht immer wieder von außen beeinflussen zu lassen, ja, dass man sich immer wieder irgendwas reinflüstern lässt hier von der Krähe, ja, die normal ja die Wahrheit sprechen sollte. Ja, es geht darum, in dem Moment, wo du in Verbindung mit deinen Empfindungen hier kommst, ja, auf dein Bauchgefühl hörst, ja, dann kannst du hier, ja, ganz entspannt dich dem Neuen hingeben, überlassen. Und es ist auch hier mit dem Judgment auch einfach Zeit, dass hier was in Bewegung kommt, ja. Ja, hier, es werden sich einfach auch Gelegenheiten ergeben, es wird hier, ähm, auch, ähm, ja, feurige Stimmungen, sehe ich hier, da kommt vielleicht dann eben wieder jemand daher, der sagt, nein, den Zeigefinger hebt, das darfst du nicht, vielleicht auch das eigene, ja, schlechte Gewissen, dass du glaubst, du darfst dir nichts gönnen. Nein, es ist jetzt die Chance, eben eine Entscheidung zu treffen, und zwar jetzt bitte bald, unabhängig von dem, äh, was andere meinen, was die davon halten, ja, der Stolperstein ist die eigene, dieses eigene Zweifeln, ja. Und dann versuchst du das immer über den Kopf zu lösen, und dann sagt der so, und dann sagt der auch wie der Andes, ja, dieses eben, dieses hin- und hergezerrt. Das ist das, was in einem Selbst ist, und das ist dann noch das, was von außen dazukommt. Und es gilt hier, die, ja, Widerstandskraft, äh, zu, äh, zu haben, oder zu erlangen, um sich davon eben nicht mehr beeinflussen zu lassen. Und das ist natürlich dann viel leichter, wenn man selbst, äh, eben nicht mehr in diese Unsicherheit drin ist, ja. Und du willst ja auch aus diesem momentanen Hin und Her ganz klar raus, und die Chance ist, wie gesagt, da, es ist Zeit für eine Entscheidung. Ich denke, sie geht auch von dir aus. Wie gesagt, in Kürze höre auf dein Bauchgefühl, erinnere dich an das, was du eben selbst hier wirklich willst. Entzünde damit auch dein eigenes Feuer wieder, aber ich denke, es wird einfach Situationen, äh, geben, die dich daran erinnern, hier wieder, ähm, zu trommeln, zu tanzen, in den eigenen Rhythmus zu kommen, statt sich hier vom eigenen Verstand eben immer wieder so hin und her schwappen zu lassen. Ja, ist eine große Chance, ja. Ja, und sie sieht hier sowieso nichts, aber wo schaut sie hin, ja, letztendlich hier auf den Mond, auf das eben Bauchgefühl. Äh, was ist hier ganz tief in dir drinnen, ja, wo willst du hin und trau dich dann, ja, eben die Entscheidung zu treffen, wo du hin möchtest und dann auch bereit zu sein, ja, dich hier auch ganz neu einzulassen, auf das Leben, auf die Liebe, was auch immer, vielleicht auch auf einen neuen Job, nochmal das Bauchgefühl ist entscheidend und dann aber in aller Klarheit, die hier eine Entscheidung eben treffen. In Kürzung, ne, wie gesagt, wird manch einem vielleicht nicht gefallen, die Wunscherfüllung, wie gesagt, definiere das für dich, hier liegt keine, äh, Personenkarte, hier liegt kein, äh, König oder Königin, ja, ganz klar, das eben hier selbst zu definieren und, ja, heraus aus diesem sich selbst da auch so in ein, äh, ja, ähm, Pro und Contra, ja, Karussell oder hin und her zu begeben. Es ist ein bisschen so wie ein Tennisspiel, so fühlt sich das für mich an. Und dann gilt es auch, einfach nämlich zu schauen, was ist dir, ja, eben wirklich wichtig hier mit dem Pferd, auch die Botschaft, ja, geht es hier um mehr als nur um dich, geht es hier um eine Beziehung, das ist hier schon auch ein Hinweis, hier kommt ein zündender Funke, ich denke, er kommt ja in dir hoch, ja, und, wie gesagt, es kann einfach dann auch Begebenheiten, Begegnungen geben, die hier, ähm, das Feuer in dir entzünden und dich aus diese zwei der Schwerter rausbringen, ja, haben wir auch hier Feuer dabei. Wow, sehr starke Energie und da wünsche ich allen, die jetzt hier dabei waren, natürlich alles, alles Gute für eine glasklare, glasklare Entscheidung und, ja, freue mich natürlich, dass ihr hier dabei wart über euer Dasein und natürlich auch, wenn ihr hier gerne ein Like hinterlasst, ein Abo, denkt daran, mit Glocke gibt es alle Benachrichtigungen und, ja, ganz besonders freue ich mich auch über Kommentare, über Rückmeldungen. Ja, danke an alle und in diesem Sinne denke ich an euch und wünsche euch was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.